hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ls22 auf der landkreis rostock so hatten ja gesagt wurde bitte im wechsel einmal ballen sammeln einmal ernten ernten sind wir bei 70 prozent das 90 macht 160 naja fehlen aber noch 40 ich darf den jetzt noch mal näher sagen ich mach das mal anders macht das andere ich hab nämlich ein problem jetzt damit wenn der nämlich jetzt schon könnte ich ein problem damit kriegen wenn der jetzt fertig ist und die ballen noch nicht runter gesetzt und ich der dann fertig nicht pressen ist aber schon der auftrag abgeschlossen ist kann ich den rest nicht pressen also dreist man lieber weiter bis das fertig ist hier heute haben wir noch einen anderen ernteauftrag mit irgendetwas nehmen wir mich jetzt gerade ein und wenn der auftrag nämlich nicht abgeschlossen ist kann ich ja weiter pressen aber wenn der abgeschlossen ist ganz besendlich kann ich mal weiter pressen und da wirklich unmengen an zeug da oben verschenken und das müssen wir nicht tun ist es meine meinung dazu da tun wir lieber eine runde pressen noch aber das ist auch genau so den тебя dasius Jetzt gucken wir, wieviel wir noch machen müssen hier. Der ist erst hier. Und erst bis hier hoch muss ich noch. Also ist gerade die Hälfte weg. Wenn ihr euch vorstellen, was ich für Unmengen verschenken würde. Und das muss ja auch nicht sein. Das war einer von meinen Spielständen mit einem guten Kontostand. Aber ich muss nichts verschenken. Da werde ich mir die Wiese neben Hoffen noch kaufen. Dann werde ich hier noch etwas aufbauen. Oh dear. Denn auch als kleiner Viehbetrieb will ich ja hier irgendwo etwas reisen. Jumuuu. Jumu. Jumênio. Jumu. Jumяться machines. Sollen wir mal die Soja-Bohnen runter holen. Sollen wir das wegkriegen, der presst dabei da oben noch, der brauche ja noch das Ordner zu pressen. 3-5 Folgen noch, 5 Folgen etwa noch, 3 Folgen Seenestündungen. Und danach dann noch 4 Folgen etwa, Zürich bei Pima Dama Fensterkreuz. Ich denke mal, dann abgefahren ist es dann schnell. Oh, wir müssen aber so weit kommen, dass wir mal alles gepresst haben. Wir müssen dann noch so eine Mission, gleich mal gucken. Ballen pressen, Ballen pressen, Ballen pressen wollen wir nicht. Ruppern hätte ich noch. Langsam hört es zu schön auf. Das ist nicht mehr allzu viel. Ruppern hätte ich dann auch. Ich habe keinen Ruppern. Aufwandflug. Aufwandflug. Los geht es sehr. Wenn? So lange Zeit, High hop movieren, macht es schwer. Wunderschöne super. Weiss, wie wir Rams toxic terkühlen übersetzt. Oh, ich bin auch schon wieder bei drei Viertel voll mit dem Stuhl. Ich bin auch schon wieder bei drei Viertel voll mit dem Stuhl. Oh, ich bin auch schon wieder bei drei Viertel voll mit dem Stuhl. Oh, ich bin auch schon wieder bei drei Viertel voll mit dem Stuhl. Oh, ich bin auch schon wieder bei drei Viertel voll mit dem Stuhl. Oh, ich bin auch schon wieder bei drei Viertel voll mit dem Stuhl. Oh, ich bin auch schon wieder bei drei Viertel voll mit dem Stuhl. Oh, ich bin auch schon wieder bei drei Viertel voll mit dem Stuhl. Soodily. Vielleicht ist es auch voll. Soodily. 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 der ist viel richtige vorform weitermachen viel 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 Heads. Oh, Attacke. Das Fleckchen, das wir zerschen müssen, ist immer kleiner. Das gefällt mir sehr gut. Ich muss also mal das OBS gucken, damit das alles funzt, wie es funzen soll. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt müssen wir ein Hallowach trinken. Das hilft alles nichts. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, nächste Bahn. Oh, was blockiert, warum denn das? Da liegt ein Ball in einem Moment? Das sieht nicht so aus. So, hier geht's weiter. Da lag ein Ballen im Weg. Da lag ein Ballen im Weg. Okay. 81% haben wir auch schon abgeschlossen. Aber was ist das zu tun hier? Denk mal eine vielleicht zwei Folgen werden wir noch zu trashen haben. Ich muss dann bloß gucken, wenn es ums Dreschen geht, dass ich eventuell den Tag eine Doppelfolge mache, falls es doch an dem Punkt ist, wo hier abgeschlossen kommt, dass ich dann hier weitermachen kann. So. Bin wir schon mal am Strommast auf der Wiese beim Pressen. Das lässt sich hoffen. Noch nicht so sehr, anderthalb Stunden noch. Ist nur ein Stückchen, weil ich es ein bisschen verpennt habe, das hier oben steht, wird blockiert. So, aber ich komme jetzt erst mal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sag euer Jaso.